Monster, Monster, Monster High Come on, Andy, Shiki, Monster High A party never die Monster, Monster High, Monster High Monster, Monster High Shiki, Shiki, Monster High Where student buddies get Heute gibt's ne Fotosession. Man muss super aussehen für die Ewigkeit. Du hast absolut das Zeug dazu, die Drama-Queen der Monster High zu werden, Schätzchen. Sollen wir ihn im Lesesaal hier nicht eigentlich lernen? Alarmstufe Rot. Coach Igor hat heute Aufsicht im Lesesaal. Und was ist so schlimm daran? Er lässt die Bücher wegräumen und scheucht uns die ganze Stunde im Kreis rum. Und? Der Schweiß ruiniert total dein Make-up und den Pelzkragen. Und das Outfit. Und die Bandagen. Fototermin, ade. Da ist er. Herhören. Solange ich hier bin, fasst mir keiner ein Buch an. Sondern macht sich fertig für... Kommt mit mir, bevor es zu spät ist. Los, komm Frankie. Wir taugen ja einfach runter bis zur nächsten Stunde. Immer noch besser, als im Kreis zu laufen. Ich wollte nur sagen, ihr Mädels dürft den Lesesaal verlassen, um euch auf die Fotosession vorzubereiten. Wie sehe ich aus? Leo, der Mumienschreck. Daang. 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 Daang- freedom.